Ich lerne Deutsch. Nummer 5263 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hände weg! Das darfst du nicht. Das ist gefährlich. Hände weg! Das darfst du nicht. Das ist gefährlich. Ich wünsche dir frohe Ostern. Machst du am Wochenende etwas Besonderes? Ich wünsche dir frohe Ostern. Machst du am Wochenende etwas Besonderes? Ich wünsche dir frohe Ostern. Machst du am Wochenende etwas Besonderes? Auch beim Einkaufen denke ich an die Umwelt und benutze wiederverwendbare Papiertüten. Auch beim Einkaufen denke ich an die Umwelt und benutze wiederverwendbare Papiertüten. Ich werde meinen Kollegen gleich mitteilen, dass ich der neue Leiter dieser Abteilung bin. Ich werde meinen Kollegen gleich mitteilen, dass ich der neue Leiter dieser Abteilung bin. Bei der Reparatur muss ich darauf achten, dass alle Kabel wieder richtig angeschlossen werden. Bei der Reparatur muss ich darauf achten, dass alle Kabel wieder richtig angeschlossen werden. Ich arbeite gleichzeitig mit Desktop, Laptop und Smartphone. Zu den bekanntesten Volksbüchern gehören die Nibelungensage und die Geschichte von Robin Hood. Zu den bekanntesten Volksbüchern gehören die Nibelungensage und die Geschichte von Robin Hood. Ich muss heute nicht arbeiten. Ich liege den ganzen Tag im Sand und telefoniere mit meinen Freundinnen. Ich muss heute nicht arbeiten. Ich liege den ganzen Tag im Sand und telefoniere mit meinen Freundinnen. Ich liege den ganzen Tag im Sand und telefoniere mit meinen Freundinnen. Ich wiege mein Gepäck am Flugschalter. Ich muss für das Übergewicht bezahlen. Ich wiege mein Gepäck am Flugschalter. Ich muss für das Übergewicht bezahlen. Ich wiege mein Gepäck am Flugschalter. Ich muss für das Übergewicht bezahlen. Wir brauchen keinen Rasen mehr. Wir haben Schafe. Wir brauchen keinen Rasen mehr. Wir haben Schafe. Wir brauchen keinen Rasen mehr. Wir haben Schafe. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.